Hallo, schön, dass du uns in der Sesamstraße besuchst. Und damit bei der Macht von Julienko, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr alle wisst, bin ich natürlich ein Kind des Ghettos, bin auf der Straße aufgewachsen. Auf der Sesamstraße. Und ich wollte mal gucken, was man so tolles hier machen kann und wir gehen mal ins... Spielerhaus. Genau. Elmo freut sich, dass du da bist. Ich könnte den ganzen Tag im Spielerhaus Spiele spielen. Ja, mach das so. Sollen wir zusammen malen? Ja! Oder können wir uns aufblasen? Ja! Ja! Das ist so dumm, dass es schon wieder lustig ist. Hast du Lust, etwas zu malen? Oh, hab ich Lust, was... Ich weiß nicht. Hier geht's zurück in die Sesamstraße. Nee, wir wollen ja was spielen. Bilder malen. Ja, wir malen mal ein Bild. Huhu. Was? Wo? Okay, wie kann ich... Äh, ich mal jetzt Ernie. So. Und so. Ich weiß leider nicht, wie der aussieht. Ich hab vergessen, wie Ernie aussieht. Nein! Also ich glaub, sein Kopf war rot. Und Bert war gelb. Glaub ich. So. Zwei Augen. So. So. Und ein Lachen. Tada! Tada! Dieses Speedart könnt ihr euch in der Videobeschreibung herunterladen. Wer das als Desktop-Hintergrund haben möchte, wie kommen wir hier wieder... Wie kommen wir hier wieder zurück? Hier? Was? Ernie und Bergerhaus. Ah, wir haben die Narase vergessen! Oh, was? Wo sind wir? Was? Ich bin mega überfordert. Nee, auch jetzt. Ich kenne den ganzen Tag im Spiel. Ja, wir waren auch gerade schon da. So. Was haben wir hier? Hey, toll, dass du mich besuchst. Es ist so ein wunderschöner Tag lang. Es regnet und gewittert. Ich habe hier eine Flasche mit Luft. Willst du es mal probieren? Es ist... Das ist das Spiel. Das ist großartig. Ja, ich mach doch gar nichts. Ich glaub, der will mich verarschen. Oh, Grobi. Hallo Ernie. Ich wollte schon immer einen ganzen Strauß voll Luftballons haben. Ja, dann nimm dir doch welche. Mit so viel müsste ich doch eigentlich fliegen können. Eigentlich nicht. Kein Problem. Kannst du für Grobi einen Luftballonstrauß sammeln? Dann klick auf Grobi und gib ihm den Strauß. Was ist, wenn ich Grobi diesen Strauß gar nicht geben möchte? Vielleicht sind das meine Ballons? Scheiß, Grobi. Das war bald. Hast du alle Ballons? Ja, hier. Nimm die. Ich will nicht, dass Grobi die bekommt. Grobi ist 40 Jahre alt und behaart. Er kann sich selber Ballons machen. Ja, okay, hier. Vielen Dank. Das freut mich aber sehr. Ja, mich auch. Tschüss, Ernie. Wir sehen uns später. Und dann nicht mal bedanken bei mir. Ja. Der ist jetzt aus 100 Meter Höhe runtergefallen. Aber macht nichts. Wie wäre es mit einer neuen Runde? Nein. Halt's Maul. Was gibt's in dem Möhre? Ja, huhu. Ja, huhu. Hoffentlich sehen wir ein paar schöne Trauben. Oder andere Tiere. Ich hoffe nicht. Was kann man machen? Hallo. Ja, das gibt mir mal. Okay. Ich nehme Erdbeere und Schokolade. Red schneller. Okay, äh, wie geht das? Erdbeer und Schokolade. Schokolade. Genau die Sorten wollte ich. Ja, hab ich doch gern gemacht. Das macht 2,50. Wo ist mein Geld? Klasse, Eisverkäufer. Oh. Oh. Schokolade, Erdbeere und Schokolade. Sag doch einfach 2 mal Schokolade. Warum nimmst du nicht Cookie-Eis? Ach ja, wenn man nur 3 Eisorten. Das war die richtige Sorte. Ja, ich bin ja auch nicht doof. Ich weiß es nicht. Was passiert, wenn ich eine falsche nehme? Nee, nee. Erst mal eine andere Sorte. Ist ja gut. Chill doch. Ja, genau. Ja. Ja, Erdbeer. Geil. Moment, was passiert? Wollte ich nicht was anderes? Nee, du wolltest Zitrone. Okay, Schokolade. Vielen Dank. Toll, haben wir das gemacht. Findest du nicht auch? Nein. Hey, schön, dass du da bist. Hallo. Bei so viel Arbeit kommt eine Schnecke wie ich manchmal ganz schön aus der Puste. Vielleicht hast du den falschen Job. Vielleicht sollst du mir was suchen, wo man nicht so schnell sein müsste. Pakete packen. Das wollen wir machen. Schade, das passt nicht. Hä, das passt doch. Da. So, komm, Abfahrt. Danke, dass du mir geholfen hast. Kein Problem. Das war's? Oder gibt es noch ein Paket? Oh, yeah. Nein. Super. Ja, das ist echt... Okay, wir gehen mal wieder ins Spielerhaus. Hallo. Och. Mit dem Elmo kann sich gar nicht entscheiden. Elmo könnte von sich nicht in der dritten Person reden. Cool. Äh. Äh. Und er isst alle auf. Unsere Kekse. Och, Mann. Boah, ich hab echt ein bisschen Hunger. Jetzt würde ich mir auch gerne... Halt's Maul. Ich will jetzt auch Kekse. Ja, genau. Das passt. Ja, was ist hier? Ah, hier ist der Park. Und hier war... Ah, okay. Hallo. Okay, die sind wenigstens ein bisschen schweigsamer. Essen ist das Schönste, was es gibt. Ich glaub, der repräsentiert mich ganz gut, weil Essen ist das Schönste auf der Welt. Okay, da spielen wir mal Memory. Eine Paprika. Aber leider nicht richtig. Das haben wir selbst gemerkt. Nö, das ist nicht richtig. Das haben wir selbst gemerkt. Du Kaschoffel. Ja, eine Paprika, geil. Ja, neben kann man... Nee, okay. Hier und... Ach, Mann. Ich wollte das daneben nehmen. Richtig. Immer lenkt er mich ab. Suche nach den richtigen Gemüsepaaren. Kann er auch mal aufhören zu reden? Nö, das ist nicht richtig. War das jetzt eine Antwort auf meine Frage? Wir gehen mit ein bisschen auf den Sack mit seinem Gerede. Yo. Yo. Das ist richtig. Das ist richtig. Wo ist das letzte Park? Mit zwei Glas, bleib hier auf. Cool. Wir gehen mal wieder ins Spielehaus zu Elmo. Hallo. Hallo, Elmo. Im Spielehaus gibt es so... Was kann man hier? Wie geht's? Wie steht's? Ja, alles gut. Guck mal, ich habe ein... Hast du Lust, mit den Blumen Musik zu machen? Fatbert bestimmt vor Freude seine Kronkorkensammlung aus der Hand. Ja. Achso, was sollen wir... Hä? Was sollen wir denn? Ah, wir können Sachen komponieren. Singt das nicht wunderbar? Turn up, turn up. Yo, wir chillen in der Sesamstraße und Ernie hat eine rote Nase. Yo, prass. Hurra. Ist mal gut. Ähm, ich werde übrigens... Ah, da bist du ja. Du willst mich ficken, man. Gut, ich glaube, es reicht, sonst wird man noch ein bisschen dusselig. Ähm, Elmo, ich muss mich leider... Das ist eine Menge toller Sachen. Ja, das war's mit Elmo. Wenn euch das Video gefallen hat und Elmo euer allerbester, bester Freund ist und ihr ganz viel mit ihm spielen wollt, lasst mal einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen, wenn ihr das Video teilt. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.